Einen echten, ehrlichen und unbefangenen Neuanfang für Warkhäusel gibt es nur mit mir. Wenn Sie mich fragen, was Warkhäusel so besonders macht, das kann ich Ihnen sagen. Wir haben da die professionellen Amateurtheatergruppen, die Gesangs-, Heimat- und Musikvereine und die Vereinigung der Kunstschatten. Wir haben die tollen Freizeiteinrichtungen wie das Rheintalbad und das Juwelschlechthin, die Eremitage. In Warkhäusel treffen Tradition und Erfahrung auf Impulse des Neuen und Neugenerationen. Hier wird Kultur mit Leben gefüllt. Kultur sind blühende Fensterbänke und pulsierende öffentliche Plätze. Kultur trifft ins Herz. Gemeinsam mit unseren Nachbargemeinden sind wir ein starkes, wirtschaftliches und kulturelles Bindeglied zwischen den Metropolregionen Rhein-Neckar und Karlsruhe. Nicht abhängig von diesen, sondern für diese unentbehrlich. Oder lassen Sie es mich anders und flapsig ausdrücken. Lassen Sie uns das Geld in die Stadt holen. Lassen Sie unsere Gäste hier schlafen, essen, trinken und feiern und einkaufen. Kultur braucht nicht nur Ideen, sondern auch einen Plan. Nennen wir diesen Kulturkonzept. Denn Kultur mit Konzept ist auch Stadtmarketing für unsere große Kreisstaat Warkhäusel. Gerne möchte ich gemeinsam mit Ihnen dieses Kulturkonzept der großen Kreisstaat Warkhäusel als Ihr Oberbürgermeister mitgestalten. Schenken Sie mir daher bitte mit Ihrer Stimme Ihr Vertrauen bei der Wahl zum Oberbürgermeister unserer großen Kreisstaat Warkhäusel am 6. März 2022. Untertitelung des ZDF für funk, 2017